German fragt es. Was ist mit dir, Nico? Hast du auch Durst? Was musstest du trinken? Was ist mit dir? Hast du auch Durst? Was musstest du trinken? Cola, bitte. Alles klar, dann nehme ich Limonade. Also Freunde, ich habe eine Idee. Wir posten das Foto von Yara bei Buk. Wir posten das Foto von Yara bei Buk und fragen, wer kennt diesen Fahrradladen und fragen, wer kennt diesen Fahrradladen und so finden wir die Fahrradladen aus. Ja, vielleicht. Hab ihr Hunger? Hab ihr Hunger? Hunger? Hungry? Ja? Hier. Hier sind die Spicekarten. Hier sind die Spicekarten. Also dann Prost. 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 Wo ist der Navin? Ist er nicht hier? Wo ist der Navin? Ist er nicht hier? Er ist nicht hier. Hey Navin, möchtest du etwas essen? Möchtest du etwas essen? Hey Navin, möchtest du... Möchtest du etwas essen? Hey, möchtest du etwas essen? Was gibt es denn? Sushi, Pizza, Salat? Was gibt es denn? Sushi, Pizza, Salat? Okay. Rico, was möchtest du essen? Ich möchte eine Pizza, bitte. Was möchtest du essen? Ich möchte eine Pizza, bitte. Hier, das ist die Spicekarte von unserem Lieblingsitaliener. Das ist die Spicekarte von unserem Lieblingsitaliener. Hier, das ist die Spicekarte von unserem Lieblingsitaliener. Italiener. Danke. No, Nico. Das ist Navin, Navin, Nico. Hallo, ich bin Nico. Nico, bist du der Nico aus dem Radio? Ja, Nico war im Radio. Du suchst seine Tasse? Ja. Die Spicekarte, was nehmt ihr? Ich möchte eine Pizza mit Thunfisch. Ich möchte eine Pizza mit Thunfisch. Sehr gut. Ich nehme auch eine Pizza mit Salami. Und Nico, möchtest du eine Pizza? Pizza mit Thunfisch oder eine Pizza mit Salami? Eine Pizza mit Tomate und Mozzarella. Ich nehme eine Pizza mit Salami, bitte. Gut. Eine Pizza mit Salami, bitte. Gut, ich nehme eine Pizza ohne Schinken. Ohne Pizza Hawaii? Mhm. Das ist eine Pizza mit Ananas und Schinken. Ich nehme eine liebe Ananas. Sie ist aber Vegetarierin. Und deshalb nehmen sie die Pizza jedes Mal ohne Schinken. Ananas, sie ist aber Vegetarierin. Deshalb nehmen sie sie jedes Mal ohne Schinken. So. Und ich bestelle. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Danke. Ein Nachricht auf dem Buch. Ein Nachricht auf dem Buch. Ein Nachricht auf dem Buch. Das Foto. Mhm. Hallo. Hallo. Guten Tag in der Bestellung. Sagen Sie zusammen oder getrennt? Sagen Sie zusammen oder getrennt? Zusammen. Was kostet das? Gut. Die drei Pizzen mit Salami sind 22,50. Dann haben wir eine Pizza Tünnfisch, eine Pizza Hava und Schinken. 18 Euro. Lass mal zusammen. Das macht zusammen 450 Euro. Sagen Sie bar oder mit Karte? Karte. Ich zahlebar. Hier sind. Ich zahlebar. Hier sind. 55 Euro. Das stimmt so. Danke. Hier ist die Rechnung. Hier ist die Rechnung. Tschüss. Danke. So. Wer bekommt die Hawaii ohne Schinken? Ich. Tonno. Salami. Salami ich. Salami und noch eine Salami. Salami. Wie viel kostet die Pizza? 10 Euro plus Trinkgeld. Und du bist eingeladen. Dankeschön. Was? Das ist vielleicht die letzte Pizza, die ich hier essen werde. Das ist vielleicht die letzte Pizza, die ich hier essen werde. Stimmt. Navin geht weg. Das ist eine Bye Bye Party. Abschiedsparty. Abschiedsparty. Party. Abschiedsparty. Guten Appetit jetzt. Hey. Schön, dass ihr da seid. Hallo Navin. Schön dich zu sehen. Vielen Dank für die Anladung. Hallo Navin. Schön, dass ihr da seid. Hallo Navin. Schön dich zu sehen. Vielen Dank für die Anladung. Vielen Dank für die Anladung. Cool. Dankeschön. Prost. Was ist das? Das ist eine Sennwürigkeit in Köln. Der Kölnerdum. Das ist eine Sennwürigkeit in Köln. Der Kölnerdum. Dumm. Warst du schon mal in Köln? Warst du schon mal in Köln? Kennst du die Stadt? Nein. Warst du noch nie in Deutschland? Warst du noch nie in Deutschland? Oder in Österreich? Oder in der Schweiz? In der Österreich? Oder in der Schweiz? Jetzt habe ich Geschenke aus Köln, Hamburg, Düsseldorf, Heidelberg und Berlin. Was ist das? Kennst du schon? Ich war schon in Hamburg und in Köln. In Heidelberg war ich noch nicht. Nach der Woche fahre ich nach München. Was ist das? Das ist ein Brandburger Tor. Eine Sennwürigkeit in Berlin. Sennwürigkeit in Berlin. Kennst du Berlin? Nein. Aber Nina war schon mal in Berlin. Und Sebastian. Ihr wart schon mal in Berlin, oder? Ihr wart schon mal in Berlin, oder? Wir beide waren schon mal in Berlin, ja. Wir beide waren schon mal in Berlin, ja. Wir waren sogar am Brandenburger Tor. Wir waren sogar am Brandenburger Tor. Wir beide waren schon mal in Berlin, ja. Wir waren sogar am Brandenburger Tor. P달�ero, Nico? Nooo, alles okay? Alles gut? Kommenred mit? Kommenred mit địμ nghAnderen? Kein kommentar? Kom, wir spielen ein Spiel. Kom, wir spielen ein Spiel. So, also es gibt vier Teams, dem Osten, dem Süden, dem Westen und dem Norden, dem Osten, dem Süden, dem Westen und dem Norden, ja, dem Süden, Süden, hier, das ist Süden, das ist Norden, das ist Osten und das ist Westen. Hi, ich bin Nico, ich komme aus Spanien, aus Sevilla, das ist im Süden, oder? Im Süden von Europa, Spanien, das ist im Süden, oder? Aus Sevilla, das ist im Süden, oder? Im Süden von Europa und Sevilla ist im Süden von Spanien. Und du? Ich bin Seema, ich komme aus Syrien, aus Damaskus, das ist auch im Süden, im Süden von Syrien. Komm jetzt, wir gewinnen. Gewinnen? Nico spricht noch, Nico spricht noch nicht so gut Deutsch. Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Nico spricht noch nicht so gut Deutsch. Ich will gewinnen. Wir gewinnen. Das ist genug. Das ist genug jetzt.